Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Hier, ich bin's wieder, der Rosini. Und neben mir sitzt der Weidel und wir gehen mal auf Vögel-Schlacht. Denn jetzt gibt's Federn und die brauchen wir irgendwann dann auch noch für die Pfeile. Komm her. Kannst du die nicht in der Luft erlegen? Hallo? Komm jetzt, hier. Nein! Ah, jetzt hab ich ihn erwischt. Irgendwie. Irgendwie hab ich ihn erwischt. Hier liegt ein toter Vogel. Ja, wenn er tot ist, dann gibt er wahrscheinlich, droppt er wahrscheinlich keine Federn mehr. Komm, den hier auch noch. Dann geh ich jetzt davon aus. Den hier auch noch. Komm, komm. Jetzt. Kommt runter, liebe Federn. Liebe Federn. Oh, wie die langsam fallen. Das ist auch nicht schön. Sagen wir, wir sind jetzt schon wieder Nacht? Nein, es ist jetzt Tag. Du solltest dich jetzt mal auf den Weg machen zum Schiff, weil das ist nämlich eine ganze Ecke zu laufen. Jo. Also, wohin muss ich denn jetzt? Ja, erstmal hier den Berg hoch. Ja, das ist mir wahrscheinlich klar. Und dann hältst du dich mal rechts. Rechts. Vielleicht noch ein paar Pastickis einsammeln vielleicht, damit wir nachher auch ein Feuer machen können, wenn wir Hunger haben. Hast du Hunger? Jetzt gerade? Ja. Hast du nicht gefrühstückt? Äh, nee. War keine Zeit dafür. Aha. Ich musste ja dir Kaffee machen. Was hat denn das mit mir zu tun? Geil. Du hast doch ein eigenes Zuhause. Äh, äh, äh. Ah, ja, das ist das Scheißhaus hier. So. Teil mal wieder vergessen. Teil mal wieder vergessen, ja genau. Vergesse ich immer. Irgendwie. Bin wahrscheinlich nicht der Einzige, weil bei Fraps, wir haben ja vorher ein anderes Programm benutzt zum Aufnehmen, aber bei Fraps sind jetzt auf Fraps umgestiegen, aber das Problem ist, Fraps zeigt die Zeit nicht an. Da müssen wir immer auf dem Handy den Timer stellen. Und das vergesse ich immer, weil wir sonst, äh, da wir ja keine Überlänge produzieren. Also dir ist es ja eigentlich scheißegal, wie lang überhaupt eine Folge ist, ne? Wenn es nach dir geht, du würdest ja auch 24 Stunden let's playen. Du würdest ja alles aneinanderhängen. Und bloß ich muss ja hinterherkommen mit dem Rändern. Ja, eben. Ja, und das schaffe ich nun mal nicht. Oh. Mit meinem normalen Job und Privatleben nebenbei, wenn ich zu lange Folgen habe. Was heißt denn du für ein Privatleben, bitteschön? Äh. Darf ich mal fragen? Ja, vielleicht habe ich auch mal irgendwas vor und möchte mal irgendwas unternehmen und nicht nur zu Hause am Rechner sitzen. Aber ein bisschen was nebenbei mache ich auch schon ganz gerne. Okay. Aber warte, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ne, keine Ahnung. Ja, einfach geradeaus laufen. Ne, machen wir einfach so. Jetzt, also hier, hier, äh, rechts halten oder? Hoppla. Links halten. Links halten. Ja, links. Das ist ja da die neue Insel, also. Was für eine neue Insel? Die kommt ja erst, glaube ich, wir sind, ich weiß nicht, ob die schon aktiviert ist. Nein, die ist noch nicht aktiviert. Okay. Da ist Mapende. Mapende. Äh, ja, und das ist ja der Ziel 0.0.5, darum müssen wir auch von vorne anfangen. Das ist eine Alpha, okay, kann man verzeihen, aber die Spiel, es wäre halt schon geil, wenn man die Spielstände, äh, zurückhaben könnte. Das wäre schon geil, weil jedes Mal von vorne anfangen, dazu habe ich auch keinen Bock. Ja, sei froh, dass wir jetzt erst angefangen haben zu spielen, weil bei der 0.0.1, 0.0.2, äh, gab es überhaupt keine Möglichkeit, dass es gespeichert wird. Genau. Da hast du Computer ausgemacht und dann hast du immer von neu angefangen. Ja, so ist es. Ja, kalter Kaffee. Kalter Kaffee, ja, wenn du, wenn du nicht trinkst, wo sind jetzt eigentlich die Tiere, die da hin? Nein, wenn man Kaffeemaschine ausmacht, wenn der Kaffee drin ist, dann ist es relativ bescheuert. Zur Information, das ist, das ist keine herkömmliche Kaffeemaschine, das ist so eine aus dem 19. Jahrhundert, die, die Weidel hier im Studio hat. Das ist eine ganz normale Kaffeemaschine. Was ist eigentlich das? Ist das eine Spinne oder was ist das? Nee, guck mal von der anderen Seite. Ja, danke, fein. Ja, das am frühen Morgen. Du hast ja noch nichts gegessen, kann dir also nicht schlecht werden, oder? So, also. Äh, hier. Wohin jetzt? Einfach geradeaus. Ah, doch, doch, doch. Ich weiß doch, wo wir sind. Ja. Hier ist doch die Insel. Kleine Insel, da waren wir ja vorhin auch schon. Boah, so. Das ist wirklich schöne Landschaft, schöne Grafik. Wenn mir etwas am Spiel wichtig ist, dann die Grafik. Da muss ich mir dringend mal einen neuen Computer zulegen. Ganz dringend. Ganz, ganz, ganz dringend. Ja, dann mach das mal. Du erzählst immer nur, aber machen tust du nicht. Blödsinn. Das ist so. Blödsinn. Vögelchen. Vögelchen. Federn. 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 Komm. Hier. Vögelchen. Vögelchen. Nicht mehr da. Okay. Du, kommt mir das nur so vor, oder ist hier, ähm... Okay. Zur Information, weil wir lachen. Und zwar geht auch das... Ähm... Das Handy von Weidler pibriert und ein. Und nicht mehr eine Sekunde danach, meins pibriert. Also, äh... Das ist ein bisschen, äh... Vibrationsalarm hier. Ja, wir sind sowas von unwichtige Leute. Ja. Deswegen, ja. Was ist denn das? Das ist auch so ein... So ein Teil da. Das ist ein Teil da? Mit so einem Regenschirm. Mit so einem Regenschirm. Alter, was ist denn das hier? Das ist auch so ein Teil da. Das kannst du auch nicht wegmachen. Ich kann alles wegmachen. Du kannst nix. Achtung! Stehen da welche? Warum trinkst du jetzt schon was, wenn du noch halb voll bist? Stehen da welche? Ich weiß es gar nicht. Wenn ja, dann haben wir jetzt unseren ersten Kontakt mit den Eingeborenen. Und ja, ich glaub, da stehen... Oh, jetzt kommt der geile Musik. Ist der am Fratzen, oder was ist... Was ist mit dem los hier? Hallo? Ja, na toll. Fuck! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Konnt ihr mir nach? Ja, scheiße, 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 scheiße. Na toll. Zwei, komm, zwei, komm. Komm, ich schaff' ich. So. Ja. Ich schaff' ich. Komm, put, 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 put. Komm. Komm, put, 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 put. Das hättest du jetzt auch mal lassen können. Also... Oh, du kleine... Mist, sau, du elende Dreckhure. Komm her. Wo ist der andere? Oh, nee, jetzt kommen gleich drei. Scheiße, da ist noch einer. Ja, logisch. Die unterhalten sich ja auch. Und dann kommen alle. Du Mist, sau, du elende... Ah, scheiße. Scheiße. Oh. Warum bist du überhaupt weggegangen? Warum? Komm, verreckt doch. Oh, da ist noch einer. Ich hab fast alle geschafft. Schau mal. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Oh. Scheiße. 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 Nein. Nein. Oh. Drei hab ich geschafft. Drei sind möglich. Aber der Rest... Oh, nee. Oh, nee. Und wir sind nicht pennen gegangen. Das ist das Problem. Wir sind nicht pennen gegangen. Und darum kann ich jetzt auch den Spielstein nicht laden. Und in der Höhle ist es ein bisschen heller geworden. Wie man aussieht. Was aussieht. Ja, das ist auch gekriegt. Gut. Medizin haben wir keine natürlich. Aber es ärgert mich trotzdem, dass du überhaupt dort hingegangen bist. Warum? Ich sag doch, dort sind Leute. Ja. Warum gehst du dann dorthin? So, jetzt. Also, wo müssen wir jetzt raus? Seile. Das ist auch ein Vorteil hier. So, haben wir die Axt noch? Ja, die Axt haben wir noch. Oh, nee, Mann. Das erste Mal verreckt hier und so weiter. Äh, nee, warte. Das zweite Mal. Aha. Also, bist du doch schon mal gestorben? Ja, ich mag. So, aber Seile, die können wir nämlich auch brauchen, wenn man mal ein Hausboot bauen könnten, möchten, tun wollen. Nein, du brauchst es auch für den Bogen. Ah, ja, dann bauen wir den Bogen zuerst. So, und wir kommen jetzt hier raus. Ja, aber wenn du jetzt schon in der Höhle bist, dann kannst du auch die Flair holen. Wo ist denn die Flair? Ja, dann musst du mal ein bisschen durch die Höhle laufen und mal ein bisschen auch kümmern. Aber passt auf. Dann wird dann wieder welche Sinn. nur, dass du die Flair wieder auf die Fresse kriegst, weil dann, ja, dann warst du nämlich auch mit dem Spiel. So, es, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Weg. Die musst du nur angucken. Ja, ich weiß. Wir sind mal vier gefunden jetzt. So, wohin jetzt? Ja, jetzt. Das, da komme ich nicht weiter. Hier drüben. Geh ich da wieder zurück? Nein, gut, das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang, gut. Ich will nämlich raus hier. Warte mal. So. Ja, vorhin, mir fällt es auf, hier ist extrem. Du kannst die andere Axt nicht mitnehmen. Geil. Die hatten wir ja noch nicht. Geil. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt sind wir halt mal verreckt. Ein Tag, ein Tag und er rennt gleich wieder in den Tod. Das ist, Mann, ey. So, also, wohin jetzt? Zuerst mal was essen hier. Haben wir genug Sticks für einen? Ja, genau, haben wir. Ich muss wirklich was essen, weil sonst krepieren wir hier gleich wieder. So. Ja, fast. Fast hätte ich wieder einen Fehler gemacht. Fast. Dann hättest du aber wirklich eine gekriegt heute von mir. So. Ganz ehrlich, also, ich will hin. Ich lege ihn hier rum. Lass. Lass. So. Nehmen wir doch mal alles mit hier. Hand. Also, du weißt auch, dass, ich weiß nicht, manchmal ist das eben nie gefixt, ne? So, manche Bugs. Dass manche Eingeborenen dann so komisch explodieren, ne? Das wusste ich nicht. Dass man dann stirbt. Eat. Gut. Wir haben wieder einen vollen Magen, aber immer noch die Scheiße, dass man, äh, haben wir Medizin? Wir haben noch vollen... Mann, was soll der Blödsinn? So, jetzt. Wie konnte man jetzt die Aloe W, äh, die Medizin machen? Ja, du hast noch keine Ringelblumen. So, Mist. Aber wir haben jetzt eine Seile und, äh, wir können ja einen Bogen machen. Wie kann man den machen? Stick. Ja. Ne, kombiniert. So. Rechtsklick. Seil. Und, äh... Can't do this for crafting. Das hier? Ja. Auf, auf, auf. Und jetzt? Jetzt haben wir hier ein Seil drin. Sehr gut. Let's combinate it. Wo ist denn der hin jetzt? Jetzt hast du da oben in der Ecke einen Bogen. Da oben in der Ecke? Okay. Und Pfeil kann ich auch machen? Ja. Stick und fünf Federn. Hammer 3. Gut. Muss ich noch ein bisschen machen. Dann muss ich ja mal eine Schießprobe machen. Schießprobe, das klingt so gut. Äh, okay. Wo ist unser Haus jetzt? Das zeigt sich nicht an. Nein, geh jetzt... Geh jetzt zu diesem Boot. Okay. Und hol die Fleergang. Okay, wo muss ich hier hin? Nein. Du bist hier falsch. Falsch. Ja, dann sag mir, wo ich durch muss. Links. Achtung, Feuer. Ja, ich weiß, hab's gesehen. Wo hin denn? Ja, runter zum Wasser und dann hältst du dich links. Aber umgehst bitte das eingeborene Dorf. Ja. Weil du weißt, wenn du jetzt nochmal stirbst... Warte, jetzt hab ich hier Ringblumen. Jetzt kann ich hier... Combinated. Wo sind die Ringblümchen? Und um... Raw Rabbit. Ja, das ist aber wirklich geil gemacht hier. Ja. Ein bisschen... Na, da müssen wir zuerst mal... Warte, warte, warte jetzt. Ja, ich hatte sie. Ich hatte sie, ich weiß. Ja. Auch ein bisschen... Ja. Combinated. Remove. Und Medizin. Ha, sehr gut. So macht man Medizin. Aus ein paar Blümchen. Schön, dass wir das jetzt auch gezeigt haben. Genau. Das war eigentlich nicht der Plan, das Netschen zu zeigen. Da ist wieder ein Toter, der rumliegt. Was ich natürlich auch geil fände, wenn es ein Multiplayer-Mode gäbe. Dann könnte man nämlich das zu zweit machen. Ich habe sowas gehört, dass es in Planung ist. Dann ist es wirklich geil. Stimmt die Richtung? Ja, ich glaube. Also du müsstest mal ein bisschen rechts gucken, dann kann ich dir das genauso. Das war doch mal auch eine Absturzstelle oder sowas. Du bist ja der Orientierungs-Superman hier. Aber wo sind denn jetzt die ganzen Viecher hier? Die Lurche und die Geckos und die Pilze? Sind die Viecher weg? Brauchst du wieder einen Trip oder was? Ne. Ah, warte, warte, warte. Hier war doch auch noch... Da müsste doch das Boot sein. Ja. Aber warte, ich zeige euch noch ganz schnell, die die ersten Folgen leider nicht... Also, die die ersten Folgen verpasst haben. Jetzt will ich mal schauen, ob die... Ja, der hat Pech gehabt. Nein. Äh, ja. Aber, ach, die muss gucken, ob das jetzt gefixt ist. Genau, wegen der Modern Axe. Wieso kann ich das Zeug hier nicht nehmen? Geht's noch? Vielleicht hast du schon wieder mit deinem Trigger-Finger so schnell auf die Ecke drückt, dass man da nichts mehr rausnehmen kann. So. Bisschen Zeug sammeln hier. Kopf eröffnen. Eins, zwei... Oh, noch eine Taschenlampe. Sehr gut. Vielleicht kriege ich da auch noch ein paar Batterien. Oh, scheiß Tennisball. Geh weg da. Wo sind jetzt die andere Achse hin? In diesem Inventar drin. Okay. Äh, ja. Jetzt schauen wir mal da rein, ob's jetzt gefixt wurde. Nein, es wurde nicht gefixt, oder? Äh. Jetzt hatte ich's fast. Jetzt hatte ich's fast. Ich hatte's fast. Oder war's der andere Stein? Ne, es war der Stein. Wenn man reinschauen konnte. Och, Drecksau. So. Weißt du was? Ich geh einfach mal auf die andere Seite, weil hier neben dem... dem Füßchen... da war's nämlich. Da war die nämlich. Irgendwo. Bisschen E drücken. Wo war denn die? Ja, ist auch egal. Wir haben's in der ersten Folge gezeigt. Und wahrscheinlich wurde die jetzt rausgefixt. hier. Vielleicht findet man die irgendwo anders. Oh, du blöder Tennisball. So. Jetzt. Eins, zwei. Ein bisschen Medizin, ein bisschen Alkohol. Kann man morgen noch ein bisschen Klaas machen. So. Ja, du trinkst den ja lieber. Ja, den trink ich lieber. Och, du misst's auf. So. Also jetzt... So, jetzt guck mal lieber wegen dem Boot. Genau. Wo ist das Boot? Wo ist denn da so rum? Hm. Also wenn's jetzt die Flerkern rausgefixt haben, dann ist, äh... wortwörtlich... Wo stand denn das Bötchen? Stand ja auch noch hinten. Da vorne sind Haie. Da will ich nicht hin. Sollst du auch nie so weit rausschwimmen. Wo sind's? Ich fand ja auch in Patchnotes drinne, dass die Eingeborenen nicht mehr so lange brennen. Haifisch! Ja, wenn man die dann anzündet. Na, machen wir mal Sushi. Aus Haifisch. Aus Haifisch, ja. Kreativ muss man sein, wenn man überleben muss. Ich mach aus Baumblättern... Wenn ich aber überleben muss, dann fange ich nie an, mir irgendwelche Sushi zu rollen. Ganz ehrlich. Ja, könnte sein. Wo ist denn das Bötchen? Geht's noch? Hm. Hm, 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 hm. Ich hab das letzte Mal die Flair in der Hölle mitgenommen. Ja, ist doch egal jetzt. Nein. Also, wir gehen zurück zu unserem Lager, glaub ich. Ist, glaub ich, besser. Wenn wir das tun, dann können wir uns auch eine kleine Zivilisation wieder aufbauen. Und, äh, dass wir hier nicht die ganze Zeit rumspuken müssen. So. Eins, zwei, drei. Fäder frei. Ah ja, und Vögel müssen wir ja haben. Vögel müssen wir dringend haben. Du bräuchtest wahrscheinlich erst mal Rüstung, das wär wichtig. Ja, wenn ich diese blöden Viecher mal finden würde. Aber wenn die jetzt wieder weggepackt sind, dann, äh, weiß ich auch nicht. Ein paar Stikis. Ein paar Diefs. So. Weißt du, was ich mal gerne machen würde? Ich würde sehr gerne mal ein Hausboot bauen. Also, ich würde jetzt gerne erst mal sehen, dass wir überleben. Ja, die erste Nacht mal speichern können und so. Ja, genau, ja. Ja, ich weiß, aber ich würde gerne eine, ein Hausboot bauen, wirklich. Weil die Seile, die respawnen ja, glaube ich, auch. Da kann man nicht immer, wenn man, mal, wenn du am Zug bist hier, oder, kannst du dann in die Höhle gehen, dann kannst du auch mal die Flair holen, weil du kennst dich da besser aus. Du hast das Spiel ein bisschen länger gespielt, als ich. Ich? Ich hab keine Ahnung. Ich kenn das Spiel nicht. Ja. Also. Wo ist denn unser Hütchen hier? Sie sind dumm eingeboren. Drei hab ich mitgenommen. Drei hab ich mitgenommen. Und einer, der war noch. Ah, der war zu viel. Einer war zu viel. So. Also, meine Lieben. Äh, jetzt sind wir uns erstmal ein Feuerchen an. Wir haben nicht Hunger. Das ist gut. Dann brauchst du auch kein Feuer anzünden. Das ist ein bisschen warm. So. Bildungs. Auch die Hasen, die sollten eigentlich nicht, ähm, ein Effigy könnte ich bauen. Oh, du mit deinem Scheiß-Effigy da. Bringt eh nix. Bringt eh nix. Das ist so. Das ist so. Dann werde ich das gleich mal testen nach, ja. So. Bisschen Bäumchen fällen. Äh, warum fällst du jetzt Bäume, wenn du Sticks brauchst? Ja, es... Äh, äh. Ja. Bisschen Baum fällen. Bäumchen fällen hier. So. Und. Schneid ab. Los. Los. Sticky, sticky, sticky. Äh, äh, äh. Warte, da steht einer, ey. Oh. Herzinfarkt. Sticks. 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 Äh. Hilfe. Also, das Bötchen ist weg. Wir werden uns dann das in der Aufnahmepause mal genauer anschauen. Ja. Ja, wissen wir. Ich muss das dann wieder machen. Wieso du? Mh, mh, mh. Weil du ja gleich wieder drauf gehst. Was? Drauf gehst, gegen drei Eingeboren hast nicht mal du eine Chance. Äh. Ich hätte das taktisch glücker angestellt. Ja, wärst nur dumm gelaufen, ne? Ja, schwer so klein umgangen. Ja. Wir haben auch nie in der Höhle gelandet. So. Eins. Zwei. Mann! Bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Oh, ich hör sie schon wieder, ey. Das geht ja gar nicht. Da. Ah. Na toll. Runter. Na toll. Runter, 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 runter. Wieso sind die schon da? Ja, weil du sie jetzt eh mal aufgescheucht hast. Sonst hätten sie dich jetzt die ganze Zeit noch in Ruhe gelassen, die ersten Tage. Ja, dann wird's wenigstens lustig in den Aufnahmen. Mhm. Oh, Mensch, dass die jetzt schon da sind, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist alles deine Schuld. Ja, dem... Nee, es ist so. Nee. Nee. Du brauchst... Du brauchst nie dieses... Ja, Mann. Lass mich... Lass mich jetzt. Du hast mich so... Hatte geblieben. Sonst gehe ich den jetzt schlachten hier. So. Erstmal... Erstmal... Fein Goodie-Goodie machen hier. Ah, der soll nur kommen. Dass hier ja keiner aus den Höhlen rauskommt. Sonst ist hier, äh... Ja, genau. So. Ich mach ein paar Leafs rein hier. So. Vögel! Genau. Ja, genau. Das wollten wir ja machen hier noch. Bevor wir... Es... Bleib hier. Elende Saukommode hier. So. Komm her. Mann. Bleib doch was stehen! Miststück. So, ich schau's, wie... Wie's mein Ding... Haber, haber. So. Komm. Jetzt. Mann. Klappe. Du scheiß Vogel! Komm jetzt. Ja. Was soll denn das? Geht's dem noch? Jetzt. Feder, Feder. Jetzt haben wir zwei Federn gekriegt. Jetzt wollen wir doch gleich mal einen Pfeil bauen. So. Ja. Ein Bogen. Ah, der sieht schon gut aus. Der sieht schon geil aus. Aber man bräuchte Sticks. Oh, nee! Oh, das gibt's doch nicht. Warte. Ich nehm mal die Axt. Da kann ich gleich den da oben noch lünchen. Ich hätte vielleicht den anderen Vogel jetzt auch mal klein mitgenommen, wenn der so lustig vor deiner Nase rum flitscht. So. Also, dass es jetzt Bogen gibt, das find ich natürlich ganz geil. Und steht der Humor immer noch da? Ja, der steht immer noch da. Ja, dann würde ich dort jetzt erst mal die Bogen sehen. Oh. Ich kann nicht mal runter, weil der mich sonst... Das ist nämlich eine ganze Gruppe wieder. Ach, nee. Ach, nee. Habe ich einen? Ich habe wieder keinen. Diese scheiß Pöpelmasse da. Warte. Ich laufe mal wieder runter. Ich habe auch keine Rüstung. Das nervt mich. Das nervt mich tierisch. Ja, die hast du verloren. Also, wenn die mich holen, dann habe ich keine Chance. Aber mit einem Pfeil darf ich sicher draufholzen. Ja, klar. Hau mal einen Pfeil drauf, dass sie da noch reingelaufen kommen. So, einen Stick habe ich. Ich baue mal... Du weißt, dass wir immer noch nicht gespeichert haben, ne? Ja. Ich weiß es. So, jetzt. Kombinated. Vier Pfeile. Geil. So, jetzt. Equip. So. Jetzt kann ich auch nach... Ah, jetzt hat er schon einen geladen. Und jetzt einfach schießen und ziehen, oder wie? Ich weiß nicht, wie es geht. Aber du weißt, dass wir noch nicht gespeichert haben. Dann müssten wir wieder von ganz Neuem anfangen, wenn du jetzt stirbst. Nur so nebenbei. Ja, ist okay. Aber wenn die da oben sind, dann kann ich auch nicht pennen. Das ist das Problem. Dort oben stören die nie. Dort oben ist Wurst. Kapiert? Ja, gut. Wie kann ich den jetzt... Ah, jetzt habe ich ihn abgelassen. Okay. Mal schauen. Jetzt. Drei Arrows. Gut. Und es wird Nacht und ich gehe jetzt pennen. Jo. Und dann bauen wir morgen den Stickholder weiter. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Pfeil und Bogen auch noch einstellen können. Und wehe, wir können nicht pennen, weil diese Spackköpfe da oben sind. So. Siehst du, der schläft. Der schläft. Und es ist Nacht, mein Lieber. Es ist Nacht. Ja, es war ja auch noch nicht ganz dunkel, wo du ins Nest gegangen bist. Ja, und es war... Ja, toll. Das war klar. Das war sowas von klar. Scheiß die Wand doch an. So. Ja, und der Pfeil hängt in der Luft. Das ist sehr nice. Ja. Diese Homos, ey. Die sind weg. Kannst du nicht in deine scheiß Höhle gehen? Nein. Nein, kann ich nicht. Das sind eins, zwei, drei, vier. Die schaffe ich nicht. Die schaffe ich nicht. Warte, ich versuche es nochmal mit Pfeil und Bogen. Kann ich den Bogen auch anzünden? Das wäre nämlich auch noch geil. Weil die greifen mich nicht an, so wie ich das sehe. Ja, dann lass sie doch. So. L. Oder E. Geht das? Nee. So. Nochmal Bogenspannen. Zielen. Und... Ja, der hängt in der Luft. Der Pfeil hängt in der Luft. Kann ich den wieder aufsammeln? Nee. Wenn ich jetzt hier hingehe... Ja, also Pfeil im Bogen ist... Das glaube ich noch nicht so optimal. Ja, der... Der hängt... Die hängen in der Luft. Das ist... Äh... Sehr amüsant, muss ich sagen. Der fliegt zwei Meter weit und... Okay, also wir haben es gezeigt. Und es funktioniert leider noch nicht so. Habe ich Mollys? Weil dann könnte ich die anzünden. Ja, ich könnte einen Molli machen. So. Aber der Scheiß ist, ich habe nicht eine Rüstung. Nicht eine Rüstung habe ich. Aber ich schieße jetzt mal einen Molli dahin. Weil sonst... Ich weiß nicht, wie ich weiter machen soll. Ey, nee. So. Molli. Weiter ging ein bisschen zu weit. Ja, was soll ich machen hier? So. Molli? Was denn jetzt? Ey, ich habe den noch nicht in Wasser gehalten. Sag mal, geht es euch noch? Was ist in Wasser gehalten? Ey, ich habe den noch nicht... Ich habe den noch... Ja, ich brenne. Ist egal. Kombinated. So. Mann! Ist das... Ist das das Scheißding auf die Wüste, Falle? Nee. So, Equip. Nochmal einen Versuch. Ja, der schmeißt es viel zu weit. Oh, Mann. Ihr blöden Scheiß-Eingeborenen. So. Dritter Versuch. Das ist jetzt noch vierter. Ja, vierter Halb. So. Zwei gingen ins Wasser. Einer auf die Füße. Ich komme nicht weit. Also, soll ich sie angreifen oder nicht? Lass die doch in Ruhe, Mann. Ja, wenn ich jetzt... Es stört keine Sau. Lauf außen dran vorbei und lass die in Ruhe. Vielleicht greifen sie dich auch nie an. Und vielleicht überlebst du es. Vielleicht überlebst du es auch nie. Ich gehe ja eher vom Letzteren aus. Der bewegt sich. Ja, dann gehe ich weg. Mensch. Ich such dir für die Nacht einen anderen Platz. Mann. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht, ey. Scheiße. Wenn ich von hier oben eine Molli werfe. Weil die freezen ja, wenn... Nein. Gibt es auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Es soll es nicht mehr geben. Das war ein bisschen Bug-Using, aber... Naja. Ich werfe jetzt von hier oben eine Molli. Ja. Treffe ich nicht mal, hä? Voll treffe. Wenn ich einen nach dem anderen schlachte. Ah, fickt euch doch jeden Scheiß-Eingeborene, ey. Tja, hättest du die nie angegriffen, dann hätten wir so schön Ruhe gehabt. Ja. Lurch! Lurch! Warte, den muss ich noch holen. So. Ja. Und mit... Und in dem Schlamassel, äh... Würde ich mich auch... Würden wir uns auch hier verabschieden. Ja. Für diese Folge. Der Weidel... Ich muss mich jetzt dann wieder um den Dreck jetzt kümmern, oder was? Ja, die stehen immer noch da unten. Ja, die stehen immer noch da unten. Die Seele, den Pissnäcknirn, diese... Vollidioten, diese... Diese... Ja, gut. Also. Ich verabschiede mich. Und ciao. Ciao. Ciao.